ich hoffe wir müssen nicht so weit laufen nächste runde unseres roadtrips wir sind irgendwie musste funktionieren schlafplatz finden ja und dann wollen wir was schönes kochen wenn ein bisschen essen schlafen und morgen weiter in los places haben wir morgen noch vor also als erstes ein sogenannter palast ich weiß nicht was ist wahrscheinlich eine art schloss und kloster ein kloster ein altes und dann ein altes wehrmachtkrankenhaus das ist der hauptgrund ist jetzt suchen wir uns einen schönen schlafplatz im wald ganz spontan ich weiß gar nicht ist das jetzt unser los plätze wir laufen suchen einen schlafplatz und los place oder hinterher noch weiter aber den gucken uns morgen ab zum schlafplatz wir haben eine schöne bahntrasse in der nähe aber wir wollen auch früh aufstehen wir bauen mal auf jetzt lassen wir den abend ausklingen mein hört kaputt ein bisschen so ein bisschen hunde bellen ja gott sei dank weit weg da drüben ist bens zelt bei uns gibt es jetzt frühstück ganz kleine portion port wir packen gleich zusammen nach unserem frühstück und jetzt los keine drei meter vom schlafplatz entfernt eigentlich unser gestriges letztes ziel war wollten wir eigentlich gestern noch ein also das sieht schon irgendwie so ja ist auch ein alter ist ja auch schon richtung villa ja ja und wir sind schon wieder modus wenn zum frühstücken los place das sieht schon cool aus hier ja also eigentlich von außen her eigentlich ein sehr schöner los place und auch 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 am frühen morgen und hat denn noch gesagt wie gut der wald riecht viel glitzert die luft oh ja das ist schon gut also wir haben es von außen schon vermutet und und ist doch quatsch hier auch 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 hier was spannend ja okay und und nicht kalt hier dran ja ja ein räumiger kettler hier jetzt viele fließen mhm eben von außen haben wir das hier sehen ja oh mann ey das sieht ja stark aus so richtig katakomben mäßig oder unter polen die folge mit max und ben bei bieten hier War das gut? Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein. Oh nein, nein. Fährt die Bahn hier grad lang? Was? Sieht aber schon wieder cool aus einfach. Ja, also das hier unten ist gut. Hm. Habe ich hier nicht mal irgendwo einfach anspringt, ey. Oh, da hinten da für ein brutaler Haken. Also wenn das keine Halterung für irgendwas anderes. Oh ja, hier hinten mein Fleisch. Ja, ja. Oh, ja. Das ist heftig. Cool. Ich finde jetzt einfach diese Art dieser runden Gemäuer hier, dieser ist schon wieder cool. Ich weiß nicht, Fundaments irgendwo? Abwasser? Ach so, ja. Ach, ja, ja. Und ich dachte grad, Männer können dir Blut weglaufen von den geschlachteten Tieren. Hier ist der Haken. Oh Mann, der sieht wirklich bitter aus. Gut. Schöner Keller. Schöner Außenansicht. Aber furchtbare Haus oberhalb des Kellers. Raus. Wir waren grad in diesem etwas unschönen Lost Place. Aber es gibt richtig coole Orte auf dieser Tour. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video. Wir fahren jetzt den nächsten Lost Place an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Lost Place. Wenn nichts Spannes mehr passiert. Ein richtig Hammerkloster. Ja, ich würde mich über ein Like freuen. Über einen Daumen nach oben. Wer möchte, abonniert. Bis gleich. Tschüss. Mach's gut. Ciao.